Freitag geht es bei Software-Architektur im Stream um HTTP-Feeds und das diskutieren wir mit Jochen Christ. Jochen, wer bist du? Ich bin Software-Entwickler bei der InnoQ und ich beschäftige mich viel mit Self-Contained Systems. Was wollen wir genau am Freitag diskutieren? Da reden wir darüber, wie wir zwischen Systemen kommunizieren können und zwar über HTTP-Feeds, also wie man asynchron miteinander kommuniziert, ohne den Kafka dazwischen zu brauchen. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer am Freitag. Viele Diskussionen, viele Fragen. Bis dahin.